Mein Name ist Renato Fauro. Ich bin bei RIMEX ZITZES seit 17 Jahren als Immobilie-Experte tätig. Wieso machen wir virtuelle Touren? Der Interessent kann am Computer schon in der Idee die Liegenschaft, die ihn interessiert, anschauen. So hat er ein gutes Bild dieser Liegenschaft und weiss, ob er sie persönlich auch noch anschauen möchte. Was schätze ich besonders an der Zusammenarbeit mit CIE Media? Sie sind sehr spätig, sehr schnell, verlässlich und immer wenn wir einen Termin brauchen, geht das zügig voran und wir können die Aufnahmen schnell und reibungslos tätigen.